Kann ich das nicht machen? Kann ich. Sehr schön. Wir können uns einfach so heilen. Perfekt. So, die Richtung muss man. Ich wollte ihn angreifen. Nicht den Lifestone nehmen. Ach, Mann. Und du bist wieder gegen... Hm. Der war nicht gegen Feuer, der links. Empfindlich. Aber der dort war, glaube ich, äh... War, glaube ich, gegen... Zio empfindlich hier. Gegen Elektro. Genau. Ist der gegen Elektro empfindlich? Auch nicht. Zwei Enemies left. Es ist nicht stark. Ich bin sicher, dass du gewinnen kannst. Oder gegen Licht und Dunkelheit. Der haut einfach irgendwann ab. Moment. Er ist gegen Wind stark. Also sollte man nicht mit Wind angreifen. The reason why I have hit evasion rate for three turns. Waffen wir mal uns selber ab. Attack rate. Hm. Mach dich mal selber. Wobei, du wirst nicht viel attacken, glaube ich. Es ist Josuke wieder dran. Es ist Josuke wieder dran. Guard mal. So, wir brauchen erst selber Feuer. Bei Angel nicht auch? Wind. Ja. Die ist Light Wind Damage. Ja. Dispaste Panic and Fear. Er ist Weed gegen Eis. Wenn er selber Feuer ist. Wahrscheinlich. Ich glaube aber kein Eis. Side Restore Dispaste. Die ist Light Elect Damage. Tja. Dann Skillzio. Weiß auch. In Neutral, glaube ich. Der Knockdown fängt mir halt nicht hin. Oh. Es heilt sich. Skewer. Let's do it. 69 Resist. Äh. Du gart es mal. Wir wollen mit dir einen Zion machen. Damit wir ein Ohrlaut Ende kriegen wieder. Jawohl. Let's go. Wir wollen ja den Shuffle kriegen, möglichst. Shuffle Time. Können wir eine Pixie holen. Obtain eine Skill Card. Ich glaube ich würde gerne mal eine Skill Card haben. Hätte ich noch nicht. Rank 1 Sword Card. Obtain the Skill Card. Sharp Student. Und was das bedeutet. Hier ist alles erkundet. Ich glaube ich werde ein paar Skill Dingens mal brauchen. Ähm. Hier. Soul Drop. Ist es doch. Muss ich mir ein paar hoch gehen. Wenn ich sicher noch ein paar Skill Sachen habe. Oh. Das ist jetzt noch verschlossener oder was? Check. Open the treasure box. This is a key. Chest tree remaining. Yes. Obtain one Wind Suppressor. Oh. Das asked for help. Nee. Das wollte ich nicht. When you send a request. You will also receive requests from other players. You may choose to aid them if you wish. Ich wollte kein... Kann ich es wieder ausmachen? Only one request between battles. You will not be able to check whether or not someone has answered your request until you actually go into battle. You might be saved by someone cheering you on. And you in turn may save someone by giving them vital assistance. Ich wollte überhaupt nicht. Ich wollte das Menü aufruhen, habe auf den Start gedrückt. Ähm. Hier. Soll ich glaube ich hier jetzt. Wenn wir was gekriegt haben. Wind Suppressor. Raises Evasion Rate to Wind Attacks. Ähm. Dann so ein bisschen die Frage. Persona Status. Nee. Der ist stark gegen Wind. Ich hab's egal. Ich muss mir eine Personas durchgucken. Persona Status. Ah. Der ist im Beispiel Isanagis weak gegen Wind. Bei dem ist egal. Bei dem ist er stark gegen Wind. Er ist auch stark gegen Wind. Also Isanagis der der weak gegen Wind ist. Dann würde ich schon sagen, dass wir den Wind Suppressor kriegen. Was mach ich dann? Okay. Ich hab 8 gesendet. Ich hab 8 gesendet. 2 Enemies. Äh. Äh. 1930 war Korban gesagt. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch was essen. Aber ich wollte das hier nur schnell fertig machen. Ähm. Weak gegen Feuer. Persona. Pixie ist. Oder? Ach ne. Pixie war's nicht. Oder? Oh. Das war der falsche. Ich bin ein Vollidiot. Äh. Dispers. Panic. 4. Slide Restore. HP. Wegen Elektro hab ich noch nicht probiert. Ja. Aber wahrscheinlich ist er stark gegen Elektro. Oder? Wir haben auch. Ne. Jetzt testet. Da hab ich die falsche Person da genommen. Ja. Genau. Er ist stark gegen Elektro. So. Ist natürlich kein Feuer mehr gegen ihn. Weil der einzige, der halt Feuer hatte. Oh. Und wie war das? Bei physisch? Physisch war wieder egal. Light Fist Damage. Light Fist Damage. Light Fist Damage. Ich hab nicht das Gefühl, dass Fist Damage höher ist. Oder doch? Mist. Nein. Aber was meint denn? Nevermind mein Thing. Ich hätte ja übergaben sollen. Oh. Critical. Kann sein, dass nur die physischen fritten können? Aua. Ähm. Dann mach du mal ein Bash. Ding. Oh. Noch ein Critical. Nice. Wir können den All-A-Attack machen. Aber wir haben damit keinen. Oh. Wir haben nur einen erwischt. Gathering Magic Power. So. Persona. Wir wollen. Ukobach war der Feuertypi. Ich hoffe, der überlebt es nochmal. Dann können wir nochmal einen downloggen. Aber ich glaube, der überlebt es nicht. Ne. Überlebt er nicht. Der könnte doch hier keinen Shuffle kriegen. Schade. Ne. Können wir keinen Shuffle. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep. Kriegen wir es dafür, wenn wir da Help senden? Pay one, oh. Okay. Ähm. Skills. Nehmen wir das von dir. Zum Heilen. Viel besser. Check. Wie ist das nächste? Ich glaube, jetzt haben wir alles gemacht, ne? Jo, let's go up. Ich dachte nicht, dass das so lange dauert jetzt. Yukiko sagt, willkommen. Danke, dass du heute in der Amagi Inn gekommen bist. Dein Raum ist genau hier. Wenn wir dir in irgendeinem Weise helfen können, lass uns sofort wissen. Was ist das Wohl zu sprechen? Dieses Ort ist nicht ein Inn, es ist total ein Kastel. Ach komm, ich sehe doch nichts, dass du die Kamera so schlecht drehen kannst. Oh, du bist was Neues. Wir probieren das mal aus, ob der Weak gegen Wind ist. Er ist Weak gegen Wind. Let's go. Klar, Free Attack. Ruf da. Er macht fast kein Damage. Ähm... Decrease und Full-Hit-Evasion-Rates. Hit-Evasion-Rates. Jo. Wir debuffen ihn mal ein bisschen. Just one enemy left. Free Attack. Der war gar schwach gegen Wind, ne? Dann hauen wir mal seine Attacke hoch. War doch so, korrekt. Ja, direkt die Weakness getroffen. Wir sind natürlich superlucky. Jawohl, Roll Out Attack. Du ruft da. Das war cool, Yosuke. 23-Skille. Ich glaube, wir hatten doch... Wir machen Elektro. Strong gegen Elektro Was ist das? Decrease on Force Defense Ich erniedrige auch noch die Defense Wir werden ihn besser treffen können Zedwig gegen Fiesel Das ging schneller als ich dachte Damit Finisher hätte ich nicht gedacht Temperance Ah, guck mal, da kriegt man das Half Money, Two More Hier würde ich glaube ich tatsächlich Zwei haben wollen, von daher Ich hätte nämlich gerne einen Skillcard und den Dingens Deswegen würde ich das hier, die halbierte Money nehmen Dann kann ich nämlich den nehmen und den nehmen Zahna Khan, der Money you gain from Battle has decreased Wir kriegen eine Skillcard Obtain Skillcard Dia Und wir kriegen Persona Absaras Zahra's in your heart Level Up Dieser Nagel ist Level Up Endurance, Luck is increased Oh, der hat uns glaube ich schon bemerkt Oh, wer bist du denn? Oh, oh, this one is really strong Elektron Welche Windschwäche Windschwäche Nope Physisch So ist LH HP Da muss man erstmal hier ein bisschen hochheilen Das ist schon ganz gut, damit sie überlebt Oh, der beschwört Leute Oh no So Ähm Feuerschwäche Und bei dem die Schwäche rausfinden vor allen Dingen Nope, auch nicht 2 Enemies left Attack for 3 turns Machst du mal auf mich? Ich hoffe, ich kriege da noch eine Persona raus, die mir hilft Escape from most battles, increase allies, hit evasion rate for 3 turns, slide restores HP Bash hilft mir nicht viel Bash hilft mir nicht viel Bist du Wind empfindlich? Kann ich auch nicht, oder? Du wirst gleich Element haben Ach doch, du bist Wind empfindlich Guck mal Dann kann ich garten Für den Fall, dass er angreift Aua Ah, gegardet So, jetzt ein bisschen die Frage Wind ist es nicht Ukubach Feuer ist es auch nicht Isanage Elektro ist es auch nicht Was habe ich hier? Panic 4, Slide Restore Ich habe hier gar nichts auf dem Wind ist zumindest neutral, ne? Um schnell Elektro zu machen Die Slide Wind Damage zu 1 Fall Die Slide Wind Damage zu 1 Fall Hm Habe bei dir noch kein Leid Ich glaube, ich würde aber tatsächlich auf Angel wechseln Um sie zu leveln Die Slide Wind Damage zu machen Garu, 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 Garu Mein Wind war doch War Wind nicht deine Schwäche? Erwohl Aber sie haben keinen Schwachpunkt gefunden mit dem sie ihn angreifen konnten Ich glaube, normales Attack ist, genau, ist schwächer, aber kostet weniger, okay. Oh, Critical Noise. Komm schon, All-A-Attack-Finish, das ist ja mega gut. Ja, 150, yo. Oh, Shuffle Time. So, wir könnten einen Slime kriegen, wir können change to account. One card on hand becomes an Arcana card. One more. Nee, ich würde eigentlich bloß den Schleim haben. Card of the Persona Slime. You have to welcome Slime to your heart. Fairly search of energy. Level up. Level 7. Und Jiraiya hat auch ein Level up. Strength. Endurance. Agility. I leveled up. Tomoe ist leveled up. Magic. Endurance. Agility. Und sie hat eine Wache, was genannt? Tomoe lernt Bufu. Was immer Bufu ist. Ich habe noch 7 Minuten. Ich wollte eigentlich nur was essen zwischendurch. Das ist doch doof. Yes. Tranquil Buddha. Zum Tranquil Buddha. Schon da quick. Tranquil Buddha. Reduce the chance of panic. Bufu it is ice. Uh, nice. Das wäre unsere erste Eisattacke. Hä? Das wäre unsere erste Eisattacke. Wieso ist das alles so verwinkelt jetzt? Treasure spotted. Ice Cube. Oh, und es gibt auch noch Eis Damage. Oh, free. Einfach so. Ein Eis Damage Item. Okay, das sieht nach einem Bossraum aus. Ach, das ist die Kamera aus falsch umdreht. Absolut katastrophal. Da werde ich mich, glaube ich, nicht so schnell gewöhnen. Okay, irgendwas rasselt hier im Hintergrund. Okay, das ist genau der gleiche, aber my guess. Oder auch nicht. Oh. Yep, open Chewing Soul. Ist wahrscheinlich auch wieder Skillpunkte erhöhen. Moment, apropos Skillpunkte erhöhen. Das sind doch hier auch SP-Sachen, ne? Soul-Zing, visualized the entire party's attack, ice cube, chest key, soul tomato. Ich würde wieder ein bisschen Skillpunkte haben hier. Das wird doch katastrophal. Einmal noch einen Soul-Drop bekommen. Halt. Sending Signal. Ich glaube, das nächste brauchen wir dann. Und vor allem unsere Skillpunkte langsam. etwas niedrig. Jetzt haben wir uns noch HP eigentlich auch. Dann glaube ich nochmal kurz Hochskill HP benutzen. Gedöns, ja. Schwimm, das Eis. Nice. Ähm. Halt ich mal selber. So, vor allem sind alle hochgeheilt kurz. Jetzt glaube ich nicht mehr viele Skillpunkte, ne? Die meisten Skills brauche ich halt auf meinem Main-Char, weil der immer wechseln kann, die Personas und die passenden Elemente zu kriegen. Als ob der so im Kreisrennen kam. Ich wollte doch hinter ihn laufen. Aber sie mich davon erlöst. 19,30. Habe ich noch nicht 19 Uhr angekündigt? Das war nicht Absicht. Ich wurde auch geschrieben. Äh. In Koop. So wie es aussieht, dann wohl Golfit. Stimmt, das muss ich dann auch nochmal nachgucken. Moment. Äh. Mehr Vorschläge. Mir ist stark nach Golfit aus. Steht 2. 3 zu 1. Ähm. Und ich habe angekündigt 19,30 Koop. So, von dir bist du mal wieder nicht, was du kannst, wahr? Windschwäche? Wahrscheinlich nicht. Nope. Äh. Das ist Quatsch, den noch mal mit Wind anzugreifen. Habe ich mal Elektro aus. Elektro-Schwäche? Elektro-Schwäche. Ah, danke. Ich glaube, wir hätten es eigentlich nicht machen sollen. Weil wir sind, dann hätten wir ihn finishen können damit. So können wir ihn logischerweise nicht damit finishen. Dann machen wir ihn einfach platt. Oh, er resiste sogar physisch. Guck mal, hat natürlich kein, kein Shuffle dafür. Die Kamera macht mich fertig. Physical Mirror. Gibt das wieder meine, meine physische Widerstände. Oh, da wollte ich gerade A drücken. Ja, GG. Aber ich glaube nur, wenn ich mich von hinten erwischen. So, der hat also... Elektro-Schwäche. Was ist das? Increased Ella Hit-Evasion-Rate. Navelscape. Hä? Viel. Brauchen wir alles nicht. The Bashen werfen wir mal rein, würde ich sagen. Ach, physisch ist ja dumm. Oh, ein frittiges Poison. Oh, ein frittiges Poison. Aber Tio ist... Ach, ne, wir hätten ihn natürlich draufhauen sollen. Wir hätten ihn jetzt nicht nopfen sollen. Es ist runter! Hier ist unser Künstler. Ich meine, das ist gut, aber... Ich mache einen normalen Attack. Resistant nehme ich dagegen. Ähm... Du gardest? Du gardest? Es kam zurück! Hörst du und schau es! Letztes Resort. Oh, what? Aua. Das war eine Selbstmordattacke. Yo. Das ist natürlich bitter. Change one... Change the Persona. One more. Bekommen Persona. Hero-Fant. Auf jeden Fall bin ich dabei. Okay, half money. Dann können wir... Dann können wir Recover nehmen und Angel. Das Fusen. Ja, wir haben... Das... Und was kriegen wir hier? Bissen, HP und alles. Ich mache jetzt, glaube ich, viel... Half Money. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Sensei, are you okay? Okay, ich muss dann gleich mal in Discord gehen und sagen, dass ich noch einen Moment brauche. Ich gehe schon mal in den Discord, nicht wundern. Ähm... Ich vermute aber, dass ich hier noch einen Moment brauche. Weil ich will eigentlich den sehr komplett clearen. Okay, wir haben übrigens wieder das Problem. Skill... Ja... Heel up. Oh, hab ich ihn getroffen? Oh. Doppel-Elektron. Doppel-Elektron. Häng in there! Tadaa! Pünktlich! Hallo Felix, ich bin nurweise nicht pünktlich. Ich brauche noch einen Moment. Alles okay. Chill. Weiß nicht, wo du mir is. Ja... Ich muss mir eigentlich auch noch was zu essen holen, dann kurz. Hol dir was? Also wie, zum Döner oder? Nee, bloß Brot schmieren. Achso, na, dann mach doch. Aber ich spiel gerade noch Persona 4, deswegen dauert alles noch ein bisschen. Das ist gut, lass die Zeit. Mich schätzen. Wir machen den All-O-D-O-T-E-C-E-R, Luftbruch da. Hm? Dreamst du? Ja, ja, natürlich. Bin schon seit um vier live am Streamen. Dann noch mal rein. Mal kurz gucken, ob das hier vielleicht auch Eisschwäche hat. Nee, jetzt nicht. Dann gartest du. Ja, das ist witzigerweise vom Spielmechanik sowas wie Pokémon, aber das Thema ist. Das Thema ist ein anderes. Also Temtem so ungefähr. Nee, tatsächlich deutlich anders. Ja, das erklärt sich aber nicht von dem, was du hier gerade kurz im Stream siehst. Das erklärt sich einfach gar nicht, glaube ich. Kann ja trotzdem kurz rein. So, Livestone. Ich muss dann bloß 22.10 Uhr wirklich wegnehmen. Okay. Beziehungsweise 25.10 Uhr später sein. Okay. Habe ich jetzt alles, hab alles auf dem Level. Mal gucken, ob ich jetzt hier... Das ist schon ziemlich schwer langsam. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sterbe bei dem ganzen Kram. Wie sieht es aus? Items? Von der Grafik wie Harry Potter. Von der Grafik ist es auch Playstation 3. Das ist ein Playstation 3-Port. Entsprechend sieht es aus, aber die Spielmechanik gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. She must be on this floor. Okay. Wir sind nämlich gerade in so einer Parallelwelt, die man durch Fernseher betritt. Und wo Jugendliche ihrer dunklen Seite sozusagen gegenübertreten müssen direkt. Meine Prinzessin, ich bin hier lockt. Und wir sind gerade auf der Suche von einer unserer Schulkameraden, die zu retten. Bitte save mich. Ich bin sicher, dass mein Prinzessin das tun kann. Ich bin sicher, dass sie... Sie werden brav, dass sie mich aus diesem Ort verlassen werden. Ich werde dich warten. Oh oh. Das ist sehr strange. Beide. Ähm... Haben wir noch ein... Skill-Gedöns-Item. Physical Mirror. Barriere that afflicts physical attack one time. Assault-Signal. Chest-Key. Tiny Soul-Tomato. Haben wir noch ein Tiny Soul-Tomato? Skill-Cutter-Bistos-Dia. Skill-Cutter-Bistos-Sharp-Student. Xan, das ist... Okay, wenn du eh gerade noch mal unterwegs bist, meine Mutter hat angehoben, dann muss ich noch mal gut sein. Mach mal. Xan, das ist noch amused. Du hast zwei Enemies. Du kannst sie vor ihnen attackieren. So, wir wollen aber jetzt eigentlich erstmal rein... Wir wollen eigentlich nicht cleaven. Was haben wir jetzt von denen analysiert? Wind ist egal. Wind ist egal. Was kannst denn du eigentlich? Die ist Light Physical Damage. Insta-Fier on one foe. Das ist ein Skill. Evil Touch. Okay, jetzt haben wir ihn geviert. Und Wind ist egal. Dann können wir ihn mal hier wegwinden. Bufu. Mach mal hier auch noch mal einen Attack drauf, dann können wir den anderen, hoffentlich dann weg, Elektron. Insgesamt. Hoffe ich. Aber jetzt macht er hier Päusen, der vergiftet noch mal, ne? Harrow Lies with Fear. Wir greifen aber ihn nochmal an. Ganz normal. So, jetzt. Moment. Persona. Wir wollen unser Isanagi zurückhaben. Gefierrte Gegner erleiden häufiger Crits und treffen schlechter. Oder greifen halt gar nicht an. Hab ich grad festgestellt. Oh, hallo Lumi. Nur ein bisschen laut. Sorry. Ich bin leider noch gar nicht fertig. Ich bin noch hier mitten in einem Dungeon, der seit ne halben Stunde geht. Ich hab nicht, dass es lange dauert. Asozial. Jetzt tut mir voll leid. Ich muss noch was zu trinken machen und ich will noch kurz mit dem Brötchen ein Brot schmieren. Asozial. Also ich brauch noch einen Moment. Mach ruhig. Ich war noch nicht gar nicht eingestellt. Ich hab XP ab und change one to Arcana. Avoid Arcana. Okay, das ist Quatsch. Wir machen hier mal Recover. Recover, please. Und Level Up. Geil. Das denkst du, wie lange du noch brauchst? Das kann ich nicht sagen. Also ich hoffe, also ich würde gesagt, dass ich jetzt auf der letzten Ebene bin, wo jetzt das Ziel ist, wo ich hin muss. Aber, sonst weiß ich es noch nicht genau. Hm. Taro Kaya. Also ich hoffe, dass es weniger als zehn Minuten dauert. Ich hoffe, aber... Dann muss ich auch noch mal kurz was zu trinken und auf Toilette und noch mal kurz. Ich bin halt seit um vier schon dabei. Hätte ich ja gar nicht mich auf den Schreibtisch setzen, muss man nur noch so lang brauchen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Schreib doch einen kurzen Hinweis, dann weiß man Bescheid. Ich dachte, ich bin fertig. Ich schaff das. Oh oh. Wo sind denn jetzt denn teleportiert? Ich hole mir was zu trinken. Warum wurde ich denn um die Ecke teleportiert? Okay, die kriegen glaube ich kein Vorteil, wenn es von vorne ist. Ja, die Dinger hatten wir vorhin schon, ne? Hier warten, glaube ich, direkt Windschwäche, genau. Skill, Gadu, drauf da. Die halten so viel aus, deswegen können wir da einfach draufknallen. Wir machen aber hier keinen Auto-Attack. Nope, 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 nope. Wir machen nur einen normalen Attack. Dass man immer noch was machen kann, wenn es sich wieder aufstellen muss, ist gemein. Ähm, Psona, ich hatte ein Divas Lightwind, genau, Angel. Soll ich, hast du diese örtliche Fügung, die man auch als Spiel bezeichnen könnte, auch gespielt? Also diese göttliche Fügung. So, Gadu. Wir müssen uns hier unten schon platt machen. Immer hier beiden nochmal erwischen und knocken. Dabei, ich glaube, kann sein, dass nicht beide sterben. Aber jetzt auf jeden Fall Orlauch. Uff, da. Vielleicht sterben wir auch beide, ich hoffe. Äh, nope. Nope, nope, nope. Ich bin nur begeistert mit diesem Kunstweg, ist es fast schon avantgardistisch. Wow. Oh, Verstärkung. Oh, oh, oh. Das sieht aus wie die Verstärkte von dem, wo wir keinen Schwachpunkt gefunden haben. Außerwahrscheinlich Eis. Ähm, Eis-Cube. Nope, Eis ist es nicht. Ist es Wind? Wind war es auch nicht. Gathering Magic Power. Ähm. Aber Physiker war es doch auch nicht, oder? Wir wussten schon, dass Eis nicht ist, deswegen nehme ich jetzt mal Physiker. Physiker ist zumindest neutral. Ich glaube, ich würde mal guarden, weil er sieht, glaube ich, aus, als würde er mich fies angreifen wollen. Okay, in der Moment. Ja, er hat auf den Guard angegriffen. Sehr gut. Von dem habe ich echt keinen Schwachpunkt bisher gefunden. Voll schon so. Ich glaube schon. Aber ich kann ja nur mal die Person da wechseln. Auf Ukobach. Und Ali versuchen. Ja, es blockt es aber komplett. Das ist der Null sogar. Elektro habe ich noch nicht probiert, aber tatsächlich, ja. Das sind halt physische Attacken, ja? Er holt Magic Power. Oh, Moment. Wir machen mal einen physischen Skill-Angriff. Wir müssen, glaube ich... Ah, wir schaffen es nicht. Wir machen ja eine normale Attacke. Zack, haben wir nur kaputtgekloppt, tatsächlich. Krieg ich trotzdem, schaffe es dann, ist ganz geil. Oh. Avoid Encounters, change the Arcana XP ab. Tut mir leid. Ich mache jetzt einen Schuss Chatting, aber ich möge dich im Stream. Mach mal. Du könntest auch mit mir über Dinge reden. Wenn du willst. Das ist ein bisschen anstrengend, wenn du parallel über dein Spiel redest. Okay. Agility. Mitte 8 ist die schon. Holy shit. Diamond Shield. Ist ein bisschen ein Problem mit meinen Skill-Punkten und meinem HP aktuell. Krieg ich auch nicht zurück, ne? Vom Dungeon. Okay, ich werde immer hierhin teleportiert, wenn ich an der Stelle bin. Ich kann zurücklaufen. Frage ist, wie dich zurücklaufen? Ich werde wiederum teleportiert. Ich glaube, ich muss langsam anfangen, Dinge zu vermeiden. Weil ich habe einfach nicht genug Items sonst. Von SP. Banished Ball. Chant. Lifestone. Revival Beat. Physical Mirror. Assault Signal. Diamond Shield. So, rufen wir um Hilfe. Wenn du umteleportiert. Das ist doch eine absolute Katastrophe. Darf ich jetzt hier in die... Darf ich hier nicht reingucken. Du zackst hart. Das Rund-Titaportieren ist ja übel nervig. Aber wenn ich hier reingehe, wo ich Rund-Titaportieren, ne? Lend mir your strength, send 8. Seems, die Dose lockt. Oh Gott. Sind auch noch verschlossene Türen, ey. Ja, ich gehe ja schon hier lang. Kann ich die nächste Tür rein, bevor ich teleportiert werde? Nein, kann ich nicht. Kann ich jetzt zurücklaufen? Dann muss ich doch das Feeder besiegen, was dann hier rumlungert. Player Advantage. Oh Gott, schon wieder neue. Das ist ein starkes Feeder. Nicht verhörter! Die haben doch selber Feuer da drin. Die brauchen doch Safe, sind die nicht schwach gegen Feuer. Ähm. Probier mal Elektro. Geh mal zu Lumi. Ah, Elektros. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir direkt Elektroschwäche erwischt. Ruf da, Täterä. Ah, physisch sind sie aber. Physisch sind sie ziemlich gut. Und Eis? Eißen sie nochmal, okay. Aber sammeln mal für später. Die Infos sind mir immer wieder begegnet. Oh, ich habe einen neuen. Money up one more. Oh nein! Ich bin vollidiot. Ich hätte... Ich bin ein vollidiot. Die könnte es auch ändern. Ranked Tree Coin Card. Money gained from the battle has increased. I had a search of energy. Level up. Ich sehe jetzt gerade, in dem Dungeon geht es übel rund. Was ist Level up und geht? Sensei, are you okay? You're health slow. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, 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 ich habe es verstanden. Fast keine Skill-Punkte mehr. Ist das Teams-to-be-locked? Ach, Mann. Und doch in die Richtung laufen. Ist ja damals plötzlich zwei Stunden geht. Und an dem die vorher immer nur fünf Minuten ging, ist halt absolut nervig. Hör doch auf mich herum zu teleportieren. Darf ich jetzt hier an die Tür gehen? Nein, darf ich nicht. Ups. Ach, come on. Okay, ich darf nie nach vorne laufen. Zurück geht, nach vorne geht nur nicht. Zurück geht, nach vorne geht nur nicht. Wir wissen, dass der eine dann... Wir wissen, dass der, glaube ich, scheinbar nicht Windweg ist. Bist du physisch weak? Nein. Bist du ice weak? Ice weak bist du. Bist du auch ice weak? Nein, ein bisschen nicht. Ähm, aber du bist flitz weak. Let's do it. Ruf da. Haben wir einen schon mal weg? Aua. Äh, du warst, glaube ich, Wind nicht. Es ist zu ice. Nichts worry. Ein Enem. Kampf, Kampf, Kampf. Aber ich, doch, ich krieg Skillpunkte wieder, wenn ich normal angreife, oder? Ich bin jemand anderes. Geh! Ich werde es nicht enden. Eis platt machen. Gut. Wie ist das? Ich glaube, wenn wir das kommen, kriegen wir keinen, keinen Shuffle. Level ab, level ab, level ab. Yo. Ich find someone beyond this door. Is that the girl's scent? Open the door and enter. Yes. Finally. Oh what? Chuckles. My prince wouldn't lose two guards such as this. Correct? Never seen such a strong one before. Holy shit. It's attacking us! Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall die Schwachen von dem Ding rausschauen. Wieso, cocked you off guard. Das würde ich jetzt mal nicht sagen. Windschwäche? Nope. Eisschwäche? Nope. Elektroschwäche? Nope. Dann heilen wir mal ein bisschen. Den Paskel, die wir noch hatten, Paskelpunkten. Äh, physische Schwäche vielleicht. Nope. Dann müssen wir wechseln. Ukuba, auch. Feuerschwäche. Feuerschwäche. Let's do it. Feuer ist das Einzige, was hilft. Für Thema Garden. Attack revertet. Red wall. Oh, come on. Ich kann hier keine Person wechseln. Ich habe ja nur eine normale Attacke, würde ich überhaupt behaupten. Feuerschwäche. Oh, shit. Oh, shit. Wir warten, bis ihr die Feuerschwäche wieder weggeht. Es ist charged ab. Na, herzlichen Dank. Feuerschwäche. Revertet. Aua. Nein, nicht. Nicht Garten. Makes one for panic. Ach so, wir hätten den paniken lassen können, währenddessen. Ich bin ein Vollidiot. Das wäre schön voll gewesen. Wenn er schon die Feuerschwäche abmacht. Ich bin immer noch dabei. Ich höre dich. Ich höre dich. Hi, Felix. Super. Ich habe euch noch gemutet und mache ein Just Chatting. Ja, ist super leid. Ich brauche ein bisschen. Ich habe die Lautstärke runtergedreht, mich mit euch kurz unterhalten. Oh, also die Resistance, shit. Die Resistance hochgenommen. Was wollten wir jetzt eigentlich dann? Ach, nee, wir wollten Koffer. Golfe zu sich geworden. John, John, Paul ist unten. Soll ich den mal gleich zeigen? Wenn ich dann endlich mal auf Golfe wechseln kann, kannst du reinziehen. Aber jetzt noch nicht. Also schreibe ich ihn am besten mal. Ja, der ist bei Lumi und bei mir im Stream gewesen. Ich glaube, er weiß, was ich machen kann. Sean weiß, dass es noch einen Moment dauert. Der hat bei mir schon geschrieben. Hat schon gefragt, ob wir ohne Ben anfangen wollen, weil es noch einen Moment dauern wird. Ich wusste nicht, dass es noch so lange dauert, aber ich... Kannst du da nicht Zwischenspeichern oder so machen? Nein, kannst du halt nicht. Das ist ja wie in dem Endspiel, das der Benni mal gespielt hat, wo man Uni speichern konnte. Vor allen Dingen, alle Dungeons, die ich vorher gemacht habe, haben so fünf Minuten gedauert. Ich habe 19 Uhr angefangen mit dem Dungeon. Bin immer noch dran. Es ist ehrlich, ich bin verzehnfacht, aber für diese einen Dungeon plötzlich. Wie hieß denn das, erinnert ein Spiel, was du gespielt hast, wo man diese mystischen Symbole finden musste? Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Da gab es so ein Spiel, wo du gegen Dämonen und so kämpfen musstest. Und dann musstest du auch als Museum gehabt und musstest ein Dreieck unseren Spaß finden. Da konntest du auch nicht zwischenspeichern. Wollte ich gar nicht mehr. Ich habe einen leistungsstarken genugen PC, um einfach rauszutappen und was anderes aufzumachen. Habe ich wahrscheinlich. Aber ich wollte es jetzt einfach fertig machen, damit ich es speichern kann und dann einfach weitermachen kann. Hast du eigentlich schon was zu essen oder immer? Nee. Man, warum wird mein Gegner jetzt Geld... Das sind das so n' Dicks mehr. Warum wird mein Gegner mir kein Geld ins Gegend geworfen? Anscheinend. Ja, der hat gerade Waste Money als Attacke gemacht. So, what the fuck? Waste Money. Klar. Na, da kann ich meinen Eltern noch die Unwetter schicken. Mach das. Sowieso. Wir sind gerade in Österreich. Dann rede ich jetzt nochmal mit meinem Chat über Krankenkassen, Bruni. Ich hätte dazu nämlich gerne nochmal ein paar Meinungen. Mach mal. Mach mal. Red mir über Krankenkassen, Bruni. Wollte ich dich dabei drinlassen? Nee, du bist du in deinem Spiel. Ich bin mehr oder weniger im Spiel, ja. Spiel, Spiel, Spiel. Ich rede aber nicht mehr viel drüber. Ich mache es einfach nur noch fertig, hoffe ich. Ich habe heute gesehen, dass meine Krankenkasse ein Programm fährt, wo du, wenn du irgendwie eine bestimmte Anzahl an Sport machst, mit Hilfe von der App getrackt, zum Beispiel Schritte und so Geschichten. Ich müsste doch nochmal kurz weg, weil jetzt ist gerade wieder, wo ich drüber rede werde. Mit Tomoe leveled up. Hier können wir wahrscheinlich Haufen bei seinem Level, I guess. Oder auch nicht. Ich dachte, ich kriege ein bisschen mehr. Obtänt, das war's nicht. Ich bin bei der Trappe, so kann ich dieses Platz nicht verlassen, auch wenn ich wünschte. Und schacke. Ich bin nicht vollständig. Bist du okay, Sensei? Ich bin sicher, wir haben einige langen Weg, um zu gehen. Bist du dir zu hart? Wenn du es noch wachst, sollst du zurückgehen. Willkommen zurück Sensei, du kannst die Personas, die du in der Battle gewonnen hast, und füße sie zusammen in der Weibed Room. Es gibt viele Personen, die du nur ausfüllen kannst und diese Funktion machen kannst. Was machst du? Nicht zurück. Check. Ich geh jetzt hier raus. Ach nee, ich kann in den Weibed Room noch reingehen. Ah, ich kann speichern! Speichern, 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 speichern! Alles andere mach ich dann morgen. Oder übermorgen oder so.